so gott im himmel die wird leer sein naja leer ist besser aber sonst ist der Spiel verberaten für 60 Sekunden höchst dramatisch da wäre ja hier fast schon ein Grimpen so so viele noch aber ihr habt euch ausgesucht ihr wolltet Let's Play jetzt habt dann Let's Flurry jetzt guckt das auch wow ein bisschen aufpassen hier hallo oh yeah da haben wir noch ein bisschen was zu clearen schön mehr Crit please Crit Welt die äh Crit braucht die Welt so Topfkrabben Strand Topfkrabben Bum 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 Jaja gut aber so ist das auch wenn man zum Beispiel bei Gronkh als Beispielzug ich spreche jetzt mal Gronkh an den kennt er ja bestimmt wenn der langweilig irgendwie irgendwo Sand abbaut oder was auch immer das ist auch nicht sehr spannend gut erzählt ein bisschen mehr aber da fällt jetzt nichts ein ich könnte hier über das dünne Rohleder erzählen woher auch immer diese Schildkröte dünnes Rohleder hat ok ledrige Haut würde Sinn machen die Frage ist eigentlich mehr wie kommen diese Viecher in diese Kisten und was machen wir hier im Wasser da könnte man ihn mal wieder rauswerfen fällt mir weiter auf mal ein bisschen aufgeräumt hier ich habe mein Fenster immer noch nicht zugemacht ohje das heißt nachher wieder Lückenstiche empfehlen sooo was haben wir denn wie sind wir denn wie stehen wir denn wir können von der Küste hier gleich die Kisten meine ich sind gleich fertig welches das Ökosystem zerstören aha hey wieso zerstört ihr das Ökosystem also echt mal wenn Greenpeace das wüsste na gut die würden hier stehen aufgeräumt und brölen blau die Block dass wir einfachaschen Oh je, oh je, wieder keine Musik hier, jetzt, da, da ist er, da ist er. Strand, Strand, Topf, Topf, davon braucht man doch, oh nee, das ist ja gut. Lederhut des Hügels, schon wieder, ja die Standwaffe ist gut, die könnten wir eigentlich mal ins Aha stellen. Wenn wir die Bögen für 500.000 heranstellen, können wir noch für Standwaffe mit Lever 17 oder eine Million? Nein, ich mache das schon in humaner Weise. Hälfte von den Kurden haben wir. Hier, da kauft ihr mal die Standwaffe, aber das weiß gar nicht, ich brauche nicht die Skin. Oh, mach weiter. Okay, 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 hier, die Namen brauchen wir nicht mehr, ne? Doch, klar, die brauchen wir, die Strandkopfkrabben. Ja, ja. Ein Blockenstein, super. Als ob den Scheiß jemand socken würde, jemand socken würde. Ja, gut, vielleicht, eigentlich, ne. Oh, fail, fail, fail. Ich habe immer mal krank verschwemmet. Gleich gegensteuern. Oh, wir haben Mautformen. Jetzt machen wir mal die Mautformen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Action hier. Zeit für Action haben wir noch. So, ähm. Wollten wir die ganze Zeit schon, das wollten wir schon mit Level 10 machen. Jetzt machen wir's. Mautformen. Action. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die da. Ja. Zwei Minuten Spaß. Zwei Minuten. 1 Minute und 10 Sekunden noch. Nehmen wir nochmal hier für so einen dicken Baubau. Ach je. Ich habe ein physisches Schild aufgebaut gehabt. Noch 25 Sekunden. Wie schnell auch 2 Minuten sind. Schlimm, ne? Naja. Für euch weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so schnell war. So, damit haben wir aber das hier wenigstens fertig. Und dann machen wir noch 4 Stück von denen. Und ich habe schon wieder eine Schnake oder immer noch. Diese Katzen sind doch so unnütze. Da habe ich schon 2 von den niedlichen Tieren. Die sind schon Mistviecher am sagen. Und schaffen es nicht mal. Ein paar Schnaken hier aus dem Weg zu räumen. Nach der Aufnahme müsst ihr jetzt unbedingt einmal die Fenster zu machen. Das wird doch langsam ein bisschen frisch. Oh, ein bisschen haben wir noch. So. Ich habe hier nichts mehr. Wo sind die ganzen Mops? Ich brauche noch 2. Wie sie wieder schön blocken hier. Okay. 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 Letzte. Und der war leer. So. Dann geben wir das ab. Dann haben wir Level Up. Dann geben wir 18. Können wir nichts machen. Keine Skills. Keine. Ja. Dann machen wir hier den Käpt'n. Machen wir den Käpt'n nochmal schnell. Kipp'n. 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 Willkommen Deva. Hölber. Äh, äh, äh. Hatte der hier irgendwas? Willkommen Deva. Ja. Ah ne, das war dieser. Das Wrack. Im Wrack. Okay. Sis... crew team? Ton... 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 Da steht sie One. Sis... crew the one. Ah, jetzt hat er's. Entschuldigung. Was wünscht ihr? Yeah. Level Up. so was hatten wir eigentlich noch gehabt das war sammeln